Mein Kind trinkt regelmäßig. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Bin ich vielleicht zu streng oder zu lasch? Wichtig ist es für Eltern, echt zu sein. Wenn Sie die Themen beschäftigen, dann sprechen Sie die auch offen an. Oder wenn Sie sogar eigene Suchtmittelerfahrung haben, dann sprechen Sie offen darüber. Das schafft Vertrauen. Es gibt keine Faustregel für richtiges Verhalten bei diesem Thema. Mit uns können Sie darüber sprechen.